Und damit nochmal herzlich willkommen zu To The Moon, ein wunderschönes kleines Story-Game. Und wir machen uns heute einfach einen ganz gemütlichen Abend und beginnen ein neues Spiel. Nein, ich will nicht laden, das ist noch ein Testspielstand von vor einem Jahr. So, da, neues Spiel. Ja, die Musik ist echt schön. Ach ja. Ja, die Musik ist echt schön. Oh, was ist da gerade passiert? Oh, Autounfall. Wo bist du mit deinen Gedanken, Nil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Na ja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Hm. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hunde-Welpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut. Wir haben sein Lieblingsfellknäuel gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, das kannst du dann ja alles in den Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Linke Maustaste drücken, um mit einem Objekt zu interagieren. Gut, das heißt, wir interagieren mit dem Auto und holen unsere Sachen raus. Ausrüstung erhalten. Finding Paradise. Stimmt, das soll ja auch dieses Jahr noch kommen. Habt es Misting. Lass uns loslegen. Rechte Maustaste drücken, um das Menü aufzurufen und zu schließen. Charaktere. Dr. Neil Watts. Technischer Spezialist von der Sigmund Corporation. Und Dr. Eva Rosaline. Senior Memory Traversal Agent. Was auch immer die damit macht. Auch in der Sigmund Corporation. Und die beiden haben wir ja schon kennengelernt. Ausrüstung. Eine so schwere Kiste kann nur wichtige Dinge enthalten. Wir speichern nochmal. Ich speichere mal auf drei. So. Gut. Notizen haben noch gar keine. Und ich nehme an, wir müssen dort drauf, wo der Pfeil ist. Ich schaue mich aber erst einmal um. Wir können auch da nach oben gehen. Kann ich mir das nochmal anschauen? Das arme Eichhörnchen, was wir überfahren haben. Zeh, 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 zeh. Ach, hör schon auf. Ich habe das Auto zu Schrott gefahren. Nur um ihm auszuweichen. Was hätte ich sonst tun sollen? Ausweichen und das Auto nicht zu Schrott fahren vielleicht? Das ist ein bisschen fehlverlangt. Oh, das arme Vieh. Auf die Straße kann man sogar auch gehen. Aber ich weiß nicht, ob wir da weit kommen. Nein, ich glaube, da ist Schluss. Okay. Spiel lieber mit Tastatur. Macht sich besser als mit der Maus. Ähm. Ach, mit dem Pfeiltasten. Okay. Dann spiele ich es mit Tastatur, wenn du meinst. Hey, warte mal. Was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Auto abschließen ist immer wichtig. Vor allem ein geschrottetes Auto, was eh nicht mehr fahren kann. Wie du immer an mich denkst. So. Was ist das? Kann ich da... Nein, kann ich nicht anschauen. Ist wahrscheinlich nur ein Stein oder so. Wer hat einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das ihr Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend. Und geben diesem Ding hier die Schuld. Ja, Feierabend ist immer gut. Mission abbrechen? Nein. Ich glaube, wir versuchen es jetzt mal mit den Händen. Alles klar. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Was? Was? Boinga, boinga, boinga. Das. Hast du das auch gesehen? Was war das? Kein Felsbrocken. So viel steht fest. Ein Gummifelsbrocken. Naja, wir müssen sowieso weiter. Wir können später noch drüber nachdenken. Ja, genau. Keine Ahnung, warum der eine so komische Stimme hat. Ich habe keine Ahnung. So, wo kommen wir da hin? Da kommen wir nirgends hin. Ähm, hallo? So. Habe ich mich gerade festgehakelt irgendwo? Oh, schöne Blumen. Kann ich die anschauen? Nein. Das ist, glaube ich, das Haus vom Anfang, was wir schon gesehen haben. Mhm. Mom, sie sind da. Was machen wir da? Ich weiß es nicht. Wir haben einen schweren Ausrüstungskoffer dabei. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Hm, da geht noch was. Nie zufrieden, der Typ. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund! Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augen... Oh. Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Kann ich die mitnehmen? Danke. Lie. Die Witze werden auch immer schlechter. Kennst du die Boing-Boinga-Boinga-747? Nein. Nein. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Dr. Watson, Dr. Rosaline nehme ich an. Danke, dass wir so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem. Ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind sie die Tochter des Patienten? Oh nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder. Sarah und Tommy. Ich habe ja nicht gerade einen Acht-Stunden-Job. Deshalb erlaubt uns Johnny, sie hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann. Johnny? Hören Sie. Wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben. Sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadenersatz. So. Also, den da. Ausrüstung erhalten, sehr schön. Okay. Ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Gut, dann sollten wir vielleicht wirklich nach oben gehen. Ich will mich natürlich erst einmal umschauen. Soll der den scheiß Koffer doch herumtragen. So, was haben wir da? Haben wir da überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. So, mit der Maus sehe ich wenigstens, was ich anschauen kann. Da ist, glaube ich... Da ist was. Eine Uhr. Ja. Eine Uhr. Mit nur einem Zeiger. Interessant. Ein Klavier. Es ist gerade sehr still. Vielleicht kann ich ein Lied anstimmen. Nein, Lee, ich werde mich nicht nackt ausziehen. Was ist das denn für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. Das schaffe ich auch. Zwei Noten, die sich wiederholen, das schaffe ich auch. Für River. Oh, ich liebe das Lied für River. Es ist so schön. Oh. Kann man das nicht irgendwie abspielen einfach? Das wäre schön. Der Patient wartet oben. Ja, wir verschwenden keine Zeit. Gut. Ich glaube, wir können uns da nicht großartig umschauen. Wir sollten wirklich nach oben gehen. Ja. Habe ich fast gedacht. Du kannst mit Enter auch Objekte auswählen. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Aber wenn ich mit der Maus herumfahre, sehe ich die schöne Lupe, wenn ich mit einem Objekt interagieren kann. Das finde ich irgendwie praktischer, als wenn ich überall hingehen muss. Okay, sie sind weg. Ah, das sind die Kinder. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Hui. Oh, ihr seid ja süß. Das ist nicht fair. Du hast mich geschubst. Oh Gott. Entschuldigung. Gar nicht wahr. Egal. Du hast dir die beiden langweiligen Noten. Oh. Ich liebe dieses Lied. Es ist so schön. Wie alt sind diese Kinder ziemlich gut. Hey. Du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja. Komm schon. Oh. Grüße zurück. Grüße zurück. Ähm. Ah, da. Das ist unser Patient. Wollen Sie aufbauen? Ich schau mich erst einmal um. Ach, ich glaube, ich möchte dieses unfassbar schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen. Aber danke der Nachfrage. Ja. Darf er gerne noch länger durch die Gegend tragen. Habe ich nichts dagegen. So. Erst einmal die Bilder anschauen. Oh, ein Leuchtturm. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Wahrscheinlich eine Banane und blaue Tomaten. Das Gemälde zeigt ein Tier. Oder so etwas. Ist wahrscheinlich der Li. Das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Okay. Das Spiel ist zu leise. Dann mache ich es lauter. Einen Moment. Dann mache ich es eine Spur lauter. Ich hoffe, das geht so. So. Da sind wir wieder. Was liegt da? Gar nichts. Kann ich da sonst noch irgendwas anschauen? Ich kann mit ihr reden. Oh. Oder mit ihm. Er ist nicht mehr ansprechbar. Aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihnen bleibt. Aber ich werde mich beeilen. Liegt also im Sterben. Oh. Da kann ich mich hinsetzen, aber sonst nicht viel machen. Eine Auswahl medizinischer Fachartikel. Okay. Gut. Dann werden wir unsere Behandlung starten. Ja, wir wollen aufbauen. Ja, dauert nur einen Augenblick. Sind Sie sicher, dass das eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorgen. Wir sind die Fachleute auf dem Gebiet. Oh Mist. Solche Fachleute. Reine Routine. Ich teste nur, ob ihr aufpasst. Na klar. Wie macht er sich? Nicht so gut, wenn Sie mich fragen. Er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft. Wir sind einfach der Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedreht, oder was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. 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 Entschuldigung. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja. Ich weiß eigentlich nicht sehr viel. John ist ein seltsamer Mann. In den zwei Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor zwei Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal. Ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge gewesen wäre. Sei still. Mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn sie sich im Haus umsehen, können sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hat sie beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Wer geht los? Oh, Charakterauswahl. Dr. Dr. Watts hat da nichts zu tun? Ich weiß nicht. Ich nehme Dr. Watts. Der ist mir irgendwie sympathisch. Aber auch wenn er ein bisschen, ja, keine Ahnung, komisch ist. Komisch. Ich mache das. Ich habe mal den Sherlock Holmes in der Theater-AG gespielt. Du hast den Watson gespielt. Tja, ist doch das gleiche. Deshalb doch Dr. Watson. Ja, schön. Einfach hier konfigurieren. Sie läuft schon. Ah, gut. Jetzt macht sie weiter. Meine Kinder, können sie nicht herumführen? Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Oh, können sie herumführen? Nicht nicht. Oh, habe ich mich verlesen. Verdammt. So, Bewegung. Bewegung, Bewegung. Wir schauen nochmal nach unten. Warten Sie. Kommen Sie nochmal kurz zu mir. Ich habe ja etwas für Sie. Oh, was hat er für uns? Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor. Okay. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Was? Selbstzerstörungsknopf? Hoffentlich nicht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Dafür habe ich nämlich ein Händchen. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Das heißt, mit Rechtsklick. Ah, da oben. Sein Herzschlag. Oh. Okay. Dann gehen wir nach unten. Dann gehen wir nach unten. Dann gehen wir nach unten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020